Polizeiberichte Berlin 29. September 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Parteibüro beschädigt Polizeimeldung vom 29.09.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 1978 Wegen einer gestern Vormittag festgestellten Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Mariendorf ermittelt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Dem Hausmeister war gegen 9.30 Uhr aufgefallen, dass die Eingangstür und der Eingangsbereich des an der Rathausstraße befindlichen Büros mit Fäkalien und Müll beschmutzt und beschädigt worden war. Außerdem stellte er eine beschädigte Fensterscheibe fest. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, in Gruppen aufeinander losgegangen Polizeimeldung vom 29.09.2024 Neukölln Nummer 1981 In Gruppen gingen vergangene Nacht mehrere Männer in Britz aufeinander los. Gegen 1.10 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zur Gradestraße, nachdem es dort zwischen zwei zum Teil bewaffneten Gruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine ungefähr zehnköpfige Gruppe, bewaffnet mit Steinen, Stöcken und Messern, eine rund siebenköpfige Gruppe attackiert haben. Die kleinere Gruppe soll sich mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Angriff verteidigt haben, woraufhin die größere Gruppe flüchtete. Die Einsatzkräfte stellten am Ort drei Verletzte fest, wovon zwei, ein heranwachsender 18-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mann, nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen wurden. Der dritte, derzeit noch unbekannte Verletzte, verblieb mit einer Gesichtsverletzung zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte zwei Messer und einen Stock und beschlagnahmten die Gegenstände. Als Beweismittel Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht Hotel mit Schusswaffe beraubt Polizeimeldung vom 29.09.2024 Pankow Nummer 1979 Ein bislang Unbekannter beraubte vergangene Nacht mit einer Schusswaffe ein Hotel in Prenzlauer Berg. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann kurz nach Mitternacht das Foyer des Hotels an der Prenzlauer Allee und ging zur Rezeption. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Der 56-jährige Angestellte kam der Forderung nach. Der Räuber flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernahm das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht Mit Baseballschläger zugeschlagen Polizeimeldung vom 29.09.2024 Lichtenberg Nummer 1983 Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll gestern Abend in Lichtenberg zwei Männer mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Frankfurter Allee gegen 18.15 Uhr ein Streit zwischen einem Mann und ungefähr acht Jugendlichen. In dessen Verlauf soll ein Jugendlicher der Jugendgruppe dem 49-jährigen Mann mit einem Baseballschläger von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge, der den Angriff sah, schritt ein und wurde von dem Jugendlichen ebenfalls angegriffen. Auch der 39-Jährige erhielt einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost. Bericht, Festnahmen durch Spezialeinsatzkommando Polizeimeldung vom 29.09.2024 Pankow Nummer 1980 Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen gestern Abend drei Männer in Prenzlauer Berg fest. Gegen 21.10 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Lillihenochstraße, da sie dort zuvor in einer Wohnung mehrere Schüsse gehört hatten. Am Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen weiteren Zeugen, der auf einem Balkon der 10. Etage einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen haben wollte. Die Polizistinnen und Polizisten lokalisierten die Wohnung, in der sie ebenfalls Schüsse hörten. Mit einer Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft Berlin drangen schließlich Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes in die Wohnung ein und nahmen drei stark alkoholisierte Männer im Alter von 63, 34 und 19 Jahren fest. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung zwei Schreckschusswaffen nebst Munition sowie mehrere Messer. Nach Feststellung der Identitäten wurden alle drei Männer später wieder am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht Sachbeschädigungen an einem Café Polizeimeldung vom 29.09.2024 Neukölln Nummer 1984 Einsatzkräfte der Polizei stellten heute früh Sachbeschädigungen an einem Café in Neukölln fest. Gegen 4.50 Uhr stellten Einsatzkräfte des Objektschutzes der Polizei Berlin eine Schmiererei in roter Farbe und einen Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt auf der Schaufensterscheibe des Cafés an der Kreuzung Emserstraße-Kirchhofstraße fest. Die Einsatzkräfte machten Schmiererei und Aufkleber unkenntlich. Gegen 6.15 Uhr bemerkte ein Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr auf dem Weg nach Hause einen brennenden Papierkorb an der Fassade des Gebäudes. Der Feuerwehrmann löschte den brennenden Korb mit einem Eimer Wasser. An der Fassade und einer Schaufensterscheibe lagerte sich Ruß ab. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgten die Reste des Korbes fachgerecht. Ob zwischen dem brennenden Korb, dem Café und der zuvor festgestellten Sachbeschädigung ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes. Bericht In Gruppen aufeinander losgegangen Polizeimeldung vom 29.09.2024 Neukölln Nummer 1981 In Gruppen gingen vergangenen Nacht mehrere Männer in Britz aufeinander los. Gegen 1.10 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zur Gradestraße, nachdem es dort zwischen zwei zum Teil bewaffneten Gruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine ungefähr zehnköpfige Gruppe, bewaffnet mit Steinen, Stöcken und Messern, eine rund siebenköpfige Gruppe attackiert haben. Die kleinere Gruppe soll sich mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Angriff verteidigt haben, woraufhin die größere Gruppe flüchtete. Die Einsatzkräfte stellten am Ort drei Verletzte fest, wovon zwei, ein heranwachsender 18-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mann, nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen wurden. Der dritte, derzeit noch unbekannte Verletzte, verblieb mit einer Gesichtsverletzung zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte zwei Messer und einen Stock und beschlagnahmten die Gegenstände. Als Beweismittel Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht, mit Baseballschläger zugeschlagen. Polizeimeldung vom 29.09.2024 Lichtenberg Nummer 1983 Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll gestern Abend in Lichtenberg zwei Männer mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Frankfurter Allee gegen 18.15 Uhr ein Streit zwischen einem Mann und ungefähr acht Jugendlichen. In dessen Verlauf soll ein Jugendlicher der Jugendgruppe dem 49-jährigen Mann mit einem Baseballschläger von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge, der den Angriff sah, schritt ein und wurde von dem Jugendlichen ebenfalls angegriffen. Auch der 39-Jährige erhielt einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost. Bericht Sachbeschädigungen an einem Café Polizeimeldung vom 29.09.2024 Neukölln Nummer 1984 Einsatzkräfte der Polizei stellten heute früh Sachbeschädigungen an einem Café in Neukölln fest. Gegen 4.50 Uhr stellten Einsatzkräfte des Objektschutzes der Polizei Berlin eine Schmiererei in roter Farbe und einen Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt auf der Schaufensterscheibe des Cafés an der Kreuzung Emserstraße-Kirchhofstraße fest. Die Einsatzkräfte machten Schmiererei und Aufkleber unkenntlich. Gegen 6.15 Uhr bemerkte ein Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr auf dem Weg nach Hause einen brennenden Papierkorb an der Fassade des Gebäudes. Der Feuerwehrmann löschte den brennenden Korb mit einem Eimer Wasser. An der Fassade und einer Schaufensterscheibe lagerte sich Ruß ab. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgten die Reste des Korbes fachgerecht. Ob zwischen dem brennenden Korb, dem Café und der zuvor festgestellten Sachbeschädigung ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes. Bericht Man greift zwei Frauen und Kinder an. Polizeimeldung vom 29.09.2024 Lichtenberg Nummer 1985 Ein Mann hat gestern Nachmittag in Althohenschönhausen mehrere Menschen angegriffen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 23-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße zunächst eine 18-Jährige verbal bedroht haben. Anschließend soll er unvermittelt auf die junge Frau zugegangen, sie mit beiden Händen am Hals gewirkt und sie gegen einen Bauzaun gedrückt haben, der dadurch umgestürzt sei. Die Frau soll dann in einen etwa zwei Meter tiefen und hinter dem Zaun befindlichen Graben gefallen sein, woraufhin der Mann ihr hinterhergesprungen sei und sie dort erneut gewirkt haben soll. Erst als ein Zeuge eingriff, ließ der Mann von der Frau ab und lief davon. Die 18-Jährige erlitt Hämatome und Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen in mehreren Körperbereichen. Sie wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte ambulant am Ort behandelt. Der 23-Jährige begab sich kurz nach dieser Tat, gegen 15 Uhr, zur nahegelegenen Tramhaltestelle auf der Hauptstraße und stieß dort nach den bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein vierjähriges Kind zu Boden. Anschließend soll er versucht haben, einen Kinderwagen mit einem darin liegenden zweijährigen Kind in das Gleisbett zu schieben. Dank der Hilfe umstehender Passanten konnte dies ebenso verhindert werden, wie der Versuch des Mannes, die von ihm umklammerte 24-jährige Mutter der beiden Kinder ebenfalls auf die Gleise zu drängen, auf denen sich zu dieser Zeit keine Bahnen befanden. Den Passanten gelang es, den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Polizeikräfte festzuhalten und ihn an diese zu übergeben. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Ihre Mutter wurde am Ort ambulant behandelt. Der 23-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben, nachdem zuvor die Aufnahme in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses von der diensthabenden Ärztin abgelehnt worden war. Der Mann soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung dauern an. Bericht Man greift zwei Frauen und Kinder an. Polizeimeldung vom 29.09.2024 Lichtenberg Nummer 1985 Ein Mann hat gestern Nachmittag in Althohenschönhausen mehrere Menschen angegriffen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 23-Jährige gegen 14.45 Uhr auf der Hauptstraße zunächst eine 18-Jährige verbal bedroht haben. Anschließend soll er unvermittelt auf die junge Frau zugegangen, sie mit beiden Händen am Hals gewürgt und sie gegen einen Bauzaun gedrückt haben, der dadurch umgestürzt sei. Die Frau soll dann in einen etwa zwei Meter tiefen und hinter dem Zaun befindlichen Graben gefallen sein, woraufhin der Mann ihr hinterhergesprungen sei und sie dort erneut gewürgt haben soll. Erst als ein Zeuge eingriff, ließ der Mann von der Frau ab und lief davon. Die 18-Jährige erlitt Hämatome und Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen in mehreren Körperbereichen. Sie wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte ambulant am Ort behandelt. Der 23-Jährige begab sich kurz nach dieser Tat, gegen 15 Uhr, zur nahegelegenen Tramhaltestelle auf der Hauptstraße und stieß dort nach den bisherigen Erkenntnissen unvermittelt ein vierjähriges Kind zu Boden. Anschließend soll er versucht haben, einen Kinderwagen mit einem darin liegenden zweijährigen Kind in das Gleisbett zu schieben. Dank der Hilfe umstehender Passanten konnte dies ebenso verhindert werden, wie der Versuch des Mannes, die von ihm umklammerte 24-jährige Mutter der beiden Kinder ebenfalls auf die Gleise zu drängen, auf denen sich zu dieser Zeit keine Bahnen befanden. Den Passanten gelang es, den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Polizeikräfte festzuhalten und ihn an diese zu übergeben. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Ihre Mutter wurde am Ort ambulant behandelt. Der 23-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben, nachdem zuvor die Aufnahme in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses von der diensthabenden Ärztin abgelehnt worden war. Der Mann soll heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung dauern an. Bericht, beschlagen und rassistisch beleidigt. Polizeimeldung vom 29.09.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 1986 Die Besatzung eines Funkwagens wurde gestern Morgen zu einem verletzten Mann in Marzahn alarmiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 64-Jährige gegen 7.15 Uhr an der Marzahner Promenade aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Wie er den Beamten schilderte, habe er den Bereich der Haltestelle verlassen wollen, als ihm ein Mann entgegenbekommen sei und ihn daran gehindert habe, an ihm vorbeizulaufen. Dann habe ihn der Mann getreten und ihm ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden gegangen sei. Anschließend soll der Angreifer die Tasche, die der 64-Jährige mit sich führte, weggetreten haben. Ein Zeuge bestätigte die Schilderungen des Mannes, der außerdem angab, während der körperlichen Attacke aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft von dem Angreifer beleidigt worden zu sein. Der Mann zog sich Hautabschürfungen am Knie zu und klagte über Schmerzen am Rumpf und im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Der 27-jährige Angreifer wurde nach der Feststellung seiner Personalien am Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigung und Körperverletzung führt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Bericht, beschlagen und rassistisch beleidigt. Polizeimeldung vom 29.09.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 1986 Die Besatzung eines Funkwagens wurde gestern Morgen zu einem verletzten Mann in Marzahn alarmiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 64-Jährige gegen 7.15 Uhr an der Marzahner Promenade aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Wie er den Beamten schilderte, habe er den Bereich der Haltestelle verlassen wollen, als ihm ein Mann entgegenbekommen sei und ihn daran gehindert habe, an ihm vorbeizulaufen. Dann habe ihn der Mann getreten und ihm ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden gegangen sei. Anschließend soll der Angreifer die Tasche, die der 64-Jährige mit sich führte, weggetreten haben. Ein Zeuge bestätigte die Schilderungen des Mannes, der außerdem angab, während der körperlichen Attacke aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft von dem Angreifer beleidigt worden zu sein. Der Mann zog sich Hautabschürfungen am Knie zu und klagte über Schmerzen am Rumpf und im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Der 27-jährige Angreifer wurde nach der Feststellung seiner Personalien am Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigung und Körperverletzung führt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017